Wir sind heute beim Deutschen Kinderhilfswerk, um uns über das Thema Kinderarmut zu unterhalten. Bei mir sind Frau Keul und Frau Ohlmeier. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Erzählen Sie doch mal bitte kurz, was macht eigentlich das Deutsche Kinderhilfswerk? Das Deutsche Kinderhilfswerk macht verschiedene Aktivitäten. Auf der einen Seite haben wir praktische Hilfen und Projekte für armutbetroffene Kinder und ihre Familien. Dazu kann meine Kollegin gleich noch was sagen. Das ist der eine Teil und der andere Teil ist, dass wir politische Lobbyarbeit machen, sowohl auf der kommunalen als auch auf der Länder- und der Bundesebene und Forderungen aufstellen, wie die Situation von armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen verbessert werden kann, die an die Politik tragen, so wie jetzt auch ins Gespräch gehen mit Politikerinnen und Politikern und versuchen für dieses Thema zu werben und dafür eine Öffentlichkeit zu schaffen und eben politische Forderungen aufzustellen, die dann auch ihren Eingang am Ende mal im Gesetz finden. Okay und praktisch heißt das? Ja, wir haben verschiedene Bereiche, also ich betreue den Kindernothilfefonds, da unterstützen wir Familien, die notgeraten sind, ganz unbürokratisch und haben natürlich auch viele Aktionen wie die Schulranzenaktion, die Ferienaktion, wir fördern gesundes Mittagessen und ja, für die Kinder ist es ganz wichtig, dass sie eben teilhaben können überall, eben auch gerade, wenn sie eingeschult werden, dass sie einen chancengerechten Schulstart haben und das leisten wir eigentlich mit dem Bereich Kinderarmut. Und was würden Sie sagen, was bedeutet das für Kinder, wenn sie in Armut aufwachsen, Sie haben eben schon Teilhabe erwähnt, also fehlende Teilhabe oft, was bedeutet das sonst für diese Familien? Also es ist für diese Kinder sehr traurig, wenn sie zum Beispiel nach den Ferien in die Schule kommen und sie können nicht erzählen, so wie andere Kinder, dass sie also keine Ferien hatten, weil sie eben nicht mit ihren Eltern verreisen konnten, weil die Eltern eben kein Geld haben. Und darum unterstützen wir Ferienfahrten für diese Kinder, weil es für diese Kinder besonders wichtig ist, dass sie auch in den Ferien sich mal erholen können und dann natürlich haben sie auch Spaß, wenn sie dann aus den Ferien wieder in die Schule kommen und können auch berichten und über positive Erlebnisse erzählen und das ist für die Kinder besonders wichtig. Dankeschön. Und wenn Sie jetzt noch eine konkrete Forderung, ein oder zwei konkrete Forderungen, was müssten wir als Politik eigentlich besser machen? Da gibt es so viel, was getan werden muss im Bereich Kinderarmut, muss man ja sagen. Also es ist erst mal aus unserer Sicht erschreckend, dass die Kinderarmut anhaltend hoch ist, obwohl Deutschland eigentlich ein reiches Land ist und man sagen müsste, hier haben wir die Mittel, um etwas gegen Kinderarmut zu tun. Eine Forderung, die wir aufstellen, gemeinsam mit dem Bündnis Kindergrundsicherung, ist, dass Leistungen zusammengefasst werden sollen, kindbezogene Leistungen, sodass Eltern mit einer Leistung, die sie beantragen, die dann sozusagen die Kinder bekommen, alle Kinder gleich abgesichert werden können und allen Kindern damit auch gleiche Chancen gegeben. Dann setzen wir uns ein für ein Bundeskinderteilhabegesetz, in dem es einen Rechtsanspruch auf Teilhabe geben soll, der dann auch jedem Kind zusteht. Dann ist Armut natürlich auch immer eine Frage der Vererbung von Armut und von Bildungsgerechtigkeit. Und da braucht es aus unserer Sicht eine entsprechende Ausstattung der Bildungsinstitutionen, von der Kita bis hin zur Schule und da auch eine Frage von Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Wir merken zum Beispiel und haben das auch durch wissenschaftliche Studien unterlegt, dass Kinder resilienter sind, besser mit Armut umgehen können, wenn sie von früh auf schon in der Kita beteiligt werden. Und ganz sozusagen der große Wurf wäre aus unserer Sicht eine Gesamtstrategie, ein bundesweiter Aktionsplan gegen Kinderarmut, der ressortübergreifend ansetzt, wo sich Bund, Länder, Kommunen und dann eben auch all die verschiedenen Ressorts zusammensetzen und eine Strategie entwerfen, wie man eben Kinderarmut gemeinsam angehen kann und wie man Maßnahmen auch besser aufeinander abstimmt. Super, vielen, vielen Dank Ihnen für Ihr Engagement, Ihre Arbeit und auch für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.